so seid herzlichst zu gegrüßt meine lieben brüder und schwestern zu dem tollen spiel mit dem kollegen batz spencer hätte ich jetzt beinahe gesagt aber der gute batz ist leider schon verstorben wahnsinn ja terence lebt noch oder der hat verwandte in osterhofen der terence hill das ist 20 kilometer von mir entfernt da hat der terence hill verwandte deutsche die cousine zweiten grad ist oder so ist verwandt die die wohnt in osterhofen die die das ist 20 kilometer von hier könnte ich mal hinfahren und so einmal alle alle zwei jahre oder so besucht der terence hill seine cousine in osterhofen da kann ich mal hinfahren und dem terence schöne grüße ausrichten wahnsinn wie klein die welt ist aber der gute bat ist leider schon verstorben gut wir machen wir weiter mit vers 40 das ist akt 4 mission 5 und von 8 mit dem hochtrabenden titel kleine schwester wir müssen jetzt die nikki irgendwie suchen nikki die wohnt im plattling die schlagersängerin nikki die vorgleich daneben waren sind die fünf kilometer von hier und die nikki hier ist auch eine andere nikki gemeint clearance clarence wir haben clearance clarence das war aus die unmögliche reise in einem rückenflugzeug also ich habe schon markiert aber da können wir jetzt schnell reise machen oder schau her da machen wir jetzt mal oder sollen wir hinfahren aber ich habe kein auto wo ist mein habe ich da drin kein auto in meinem unterschlupf finde ich mein unterschlupf nimmer wo war denn mein da ist mein unterschlupf da und ich habe kein auto hier oder wie kommt da kein auto die morgen mich fertig sagen wir hinfahren da geht es ziemlich gerade er könnte man hinfahren wenn ich denn da packen auto packt der der packt die man den mal kommen ist doch schön hier ein bisschen rumfahren warmblinker so jetzt haben wir dahin handschufe auch geblindert wenn es so einfach wäre dann würde ich mir das ist ein mitsubishi oder das zeichen hier das ist mitsubishi oder also nicht ganz aber es erinnert stark an mitsubishi oder täusche ich mich da sehen wir nix in dem auto sehe ich nix vollgas so fahren wir ein bisschen spazieren das macht ja das spiel so schön dass man so die stadt anschauen kann und so ein bisschen spazieren fahren kann schau dir das mal an hier mitten auf dem highway am mittelstreifen wahnsinn bei rot über die ampel und dergleichen hoppla der macht waren allerdings da lichthupe die alte s a u nicht usa sondern s a u jetzt sind wir gleich da kaffee pause kuckuckuck kurve tschuldigung hätte ich doch schnell reise machen sollen der anlage die nikki ist irgendwie in der anlage oder so da müssen wir jetzt hinfahren wahnsinn schau dir das die flücke an grün ja parkt einer so gleich geht es weiter aha wahnsinn schau dir ja kann man ja spazieren kläranlage doch das sieht schon so ein bisschen aus hier kläranlage das wird sich gleich klären hier dass die der konflikt hoffe ich mal ja viel ist jetzt nicht mehr akt 4 sind haben wir gleich also 5 von 8 und dann kommt nur noch eins in akt 5 also dann kommt der showdown da hat einer gerempelt dann kommt schon der akt 5 ist nur noch eine mission und und zwar die letzte und wo fahre ich überhaupt hin ach so und dann ist ende freunde wahnsinn ups man wahnsinn wie weit gehen das noch also jetzt haben wir kleine schwester da steht so war ja da muss ich komme ich da hin mit zu büschi das ist mit zu büschi da wirklich drauf wie komme ich denn da hin einfach rüber oder wahnsinn hier voll in der botanik hier hallo so gegen absuchen ob ein böser kleine schwester save energy save your money das ist aber bestimmt nicht vom trump hier da war der trump noch gar nicht da wo die das hier also wo die das spiel gebaut haben da war der trump noch nicht ganz so bekannt der donald stamm und stag donald heißt ja oder donald trump also ich kenne donald dac kenne ich jetzt und daisy dac kenne ich was kapitelock ja Continuing und dann oben mit einem jahr wo es quatscht ja wieder frommeister ja unbemerkt reingehen das kenne ich hacken sie das netzwerk um niki zu finden kenne ich niki schlagerstab und in plattlingen ist gleich hier um die ecke so freunde hacken wir kommen hoch da stehen als da drüben stehen alle und ich muss deswegen bekommen war ja also und jetzt schalten sie nicht ist auch da ob die ist so dunkel hier kann man da nix machen kamera ausschalten also kann man den netz sprengen kamera hat das nutzt man nix sie muss die alle ausschalten oder dies nutzt man jetzt nix die kamera nutzt man auch nix oder ja habe ich also sprengen ja dann spreng ich die micke auch noch oder weil das so schalten sie nicht ist bewacher aus ach so ich hätte erst hätten sie das handy ach so hätte ich hätte auch die muss den um haben und jetzt das ist ein telefon und das spiel ist toll tolles spiel draußen ach du schande jetzt muss ich dann muss ich die raus lotsen sag mal das spiel ist so raffiniert thomas sich als thomas es kommt ja dafür kann es auch gut schießen kommen das ist ein amerikanisches spiel da haben schon die babys waffen die werden schon mit waffen geboren die amerikaner die schlüpfen aus dem mutterleib die babys und haben da schon eine knarre in der hand die babys in amerika hacken sie das handy das bringen sie nikki zu einem morgen wir sollten das machen ich persönlich jetzt oder muss ich die lotsen muss ich die lotsen ich muss die bewegung ich muss die bewegung ach du schande ich muss die da raus lotsen jetzt wie sollen das machen bitte kam da steht einer nicht dass jetzt da ist die oder und und jetzt muss ich erscheiben kleister jetzt muss ich die daraus bewegen ja kommt auch das schande und wohin solchen ich brauche eine andere kamera freunde musik und da noch geld kommt kohle und wie mache ich das jetzt ich habe keine kamera mehr da ist die kamera warte hoch wo ist jetzt die nikki muss sie da durchschwimmen und schreibe müssen da ist sprengen ich will den sprengen kommunikator stören und jetzt muss ich hilfe dahin bewegen oder kommen ja hoffentlich funktioniert das beweg dich eskortieren ach du schande zu dem auto eskortieren oder wie scheiben kleister kamera wo ist jetzt die kollegin da ist einer verstärkung verhindern da kann die nikki den auch erschießen schaltkasten das nutzen wir jetzt nix auch freunde wie soll ich denn die da rauskriegen da ist noch einer ach komm schaltkasten ich muss sie zum auto da oben rüber jetzt oder wie muss die schümmeln oder wie ach du schande wie kann ich den nicht sprengen ich will den sprengen ach du schande kann verstärkung verstärkung verhindern freunde das ist aber ich will den sprengen kann die nikki nicht schießen den ein oder andere wie sollen die wir sollen die dahin schaltkasten den machen wir auf und jetzt muss die darüber klettern wie geht denn das müsste da war ja müsste darüber darunter da durchs wasser schwimmen oder die muster ane muster ja da oben rum geht nicht gegen das ich muss die irgendwie davon war noch nicht da ist wie gut da komme ich nicht vorbei oh bitte kurze bedenkungszeit ja oder andersrum wahnsinn gabelstapler kann man da keinen mehr sprengen schwachstelle getränke automat kamera stapel gabler toll wie ja diese bitte nicht böse sein bitte mal zwei stunden warten wie soll ich das machen tür da muss die rausfahren oder daraus na gut aber ich muss darüber schreiben kleist ja die will kann die da wie kann die warte gehen wir nochmal auf die kamera dann müsste die hoch da ist der böse kann ich den nicht sprengen den dahin lotsen und dann sprengen wo ist denn meine kollegin da vorne oh oh scheiße äh man ja ich hätte den sprengen kann ich den da nicht ja es tut mir jetzt leid huch jetzt kommen die alle jetzt gehen die alle darüber ah jetzt könnte die jetzt warte wenn ich jetzt wieder sehe äh die gehen jetzt alle darüber rüber nee da da noch einer auch du schande wie kriege ich den weg schon kann die darüber klett die muss da vorbei ich muss den auch noch weg sprengen äh wegkriegen jetzt kommt es wieder achrom oh nee das kriege ich nie lift was macht denn der lift der macht gar nix wo ist meine kollegin äh ich muss da sprengen hallo jetzt 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 sprengen ah elite kill hammer eingesprengt hammer eingesprengt verstärkung verhindern äh wo ist denn noch einer ich will die alle sprengen komm schaltkosten den kann man nicht sprengen oh gott meine arme kollegin hockt da noch drin äh bredouille jajaja tut mir jetzt leid müssen wir ein bisschen warten kann ich kann die da nicht durchs wasser gehen oder übers wasser gehen ich will den sprengen was war da bewegen warte was kann man da bewegen ach nee das ist nicht das achte die ding bewährst so sie ich hätte auch die brücke kann man bewegen kann die jetzt nicht dahin warte da unten rum kommen äh äh bewegen äh kann die da ist nicht da unten runter unten runter gehen jetzt komm geh mal da und jetzt dahin geht nicht jetzt kommt der ah nee das war der andere ist weg warte der andere ist weg kann man den nicht sprengen ach komm ich muss da rüber ach nee der hat die tante und dahin dann sieht mich der kann die den nicht umhauen ah bitte aha der sieht schon wieder ne ah bitte was ist denn das ich komme da nicht durch ach komm ich komme da nicht durch kann die den nicht ach ich brauche eine andere Kamera ach komm das gibt es nicht hier ach so das ist ja wie kann ich denn den ich muss woanders hin gehen geht nicht ah bitte da runter geht nicht komm ich komme da nicht durch wir sollen an dem vorbeikommen durchs wasser ah bitte ah ich mag nicht mehr es tut mir jetzt echt leid aber wir müssen da durch wie komme ich denn da durch verdammt äh die 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 kann da nicht runter ich kann den nicht da was soll ich mit dem machen noch kann man den nicht ich kann nicht mehr kann man nicht das auto wieso der gabelstapler wenn die da oben rum ach so ah ich müsste da da oben hockt auch einer warte warte ich müsste den sprengen glaube ich da eine kamer warte wir müssen da oben rum irgendwie jetzt warte den da verstärkung verhindern wo ist denn jetzt da ist die kollegin und wenn ich jetzt darauf käme da müsste ich den sprengen wie kann man den sprengen den da oben müssten wir wegkriegen kommen und ne 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 man dem hinten um vorbei kommen da müssen wir müssen da geht es darauf irgendwo da geht es nicht ich komme da nicht drauf da müsste ich ist dann lift da komme ich komme ich denn da nicht drauf ich komme an dem ich kann auch kommen an keinem vorbei da hinten geht es irgendwo rauf da 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 muss ich rauf gabelstapler ist nutzt mir nichts da hinten müsste ich aber dann steht da oben einer stehst du ich müsste da stehen da ist die treppe da ist da da müsste ich hin und der idiotum geht das mag ich nicht mehr ja gut freunde ich müsste da stehen aber alle das ist unangenehm wenn der darunter steht und ich lasse den rund da ist der warte bleibt unten stehen mensch was ist denn das getränkeautomat nutzt mir nichts ich muss zu dem drecks auto ja da geht es aber nirgends rauf da da müsste ich auf da bei dem kann man den nicht springen den da will ich bringen ach da ist eine treppe warte also ja nee wort aber ich komme da nicht drauf da auf die etage wie komme ich auf die etage rauf da ist ist dann nee da ist kein da müsste ich rauf links darauf da müsste ich ja das tut mir jetzt wahnsinnig leid kann die darauf klettern die kann da nicht drauf klettern ich komme so nicht durch das weiß ich ich muss dadurch wir probieren es da mal probieren muss auch mal kann ja nur schief gehen kann nur hoch jetzt nicht der gesehen kann ich muss dadurch und kommt die jetzt da kann die da nicht jetzt kommt der der sieht mich das geht irgendwie nicht richtig anders und komme ich nur an dem vorbei zieht mich der müsste dafür kann die da nicht rüber klettern jetzt müsste ich da hin wie kommen bewegen die kommt darüber jetzt haben wir es ja gleich schon her kommen jetzt gehe rein genau jetzt so einfach und jetzt haut die ab oder ob es so einfach wäre es gewesen das kommt ist okay jetzt wenn du es wissen willst du weißt was ich habe keinen kaffee mehr ich habe keinen kaffee mehr doch ich habe noch kaffee muss ja auch die thermos kann ich nehmen ok freunde zehn minuten haben wir noch oder noch 10 warte entkommen sie ach ich muss ihn kommen jetzt warte nee ich muss kaffee nach schenken freunde kaffee nach schenken aus der thermoskanne kann drei stunden dauern so jetzt muss ich ja so einfach wäre es gewesen kommt entkommen sie aus dem gebiet jetzt muss ich hinkommen ja kommen als wenn das schwierig wäre entkommen sie aus dem gebiet macht man glatt umhauen muss ich kein mehr hoch da sind alle gut dann gehe ich da durchkommen so sind wir schon weg war das jetzt die ganze action hier und ne kleine schwert das war die ganze auch krumm das hätten es aber gleich sagen huch gleich sagen können hoch ist das nur ein spiel für dich ich bin nur zum spaß dabei das schon freunde dann reißt man noch die nächste mission an vielleicht ist die ähnlich gut ja was heißt ich nicht kurz ich komme und hole euch ja nehmt nur mit was ihr wirklich braucht ja da schon ja so ok und jetzt müssen wir was müssen wir denn dahin das machen wir jetzt das reißen wir jetzt noch an kann packen geister der vergangen heute komme ich denn dahin gar nicht kurz schauen wir noch mal schnell vielleicht können wir das noch einleiten ein dosen jetzt bin ich wieder an die bahnhof ja schön langsam kennt man sich schon aus hier ein bisschen da kennt man die gegend schon bin ich wieder an den bahnhof wo ich nicht rauskomme im auto wo die rapper stehen nehmen wir mal den gelben und fahren da raus das ist ja auch ein bahnhof das ist ja auch gar nicht mehr und schon angefahren weil ja so ein wendekreis hat hier wie ein lass sagen wir Boah, der hat aber einen schicken Sound. Boah, hm-hm. So. So, jetzt fahren wir da noch schnell hin. Boah, das ist ein Auto, hallo. Hm-hm. Okay, wo's quatscht denn der? Boah, Wahnsinn. Ja, ach, jetzt sind wir wieder beim... Nee, sind wir da vom Haus, beim Haus von der Kollegin. Geister, doch, oder? Das ist das schicke, genau, da war ich... Ach, da ist die Aufpassertante von dem Kind, oder? Die Tagesmutter von dem Kind, oder? Geister der Vergangenheit. Hm-hm. Ich hab mich so angestrengt, um mit allem abzuschirmen. Und jetzt? Hm-hm. Hat sie jemanden getötet? Was? Die ganze verdammte Stadtrichter. Achso, vorhin, oder? Ja, das war doch ein Böser, den die erschossen hat, oder? Also zählt's nicht. Hä-hä-hä. Wenn wir das vielleicht in zwei Minuten noch... Da ist er schon, ja. Hat die jetzt eine andere Visur? Nee. Oh, wei, jetzt müssen wir Polizei entkommen. Oh, oh, oh. Polizei Verfolgung der Stufe 5 haben wir jetzt gleich am Hals. Hier, hallo, das kann ich riechen. Das weiß ich. Die Knapp ist Zeit. Der hat einen tollen Mantel an. Äh, äh, wie heißt das Muster? Salz und Pfeffer, oder? Das Muster von seinem Mantel, oder? Salt and Pfeffer. Jetzt, äh, was machen wir? Oh, Polizei... Oh, meidens, verlassen sie die Stadt. Meidens... Oh, nee, jetzt haben wir Polizeiverfolgung der Stufe 97. Oh, komm. Oh, nee, jetzt haben wir Polizeiverfolgung. Verfolgung, was verlassen sie die Stadt? Ja, wo, wo denn? Ach, warte, warte, verlassen sie, wo ist unser Ziel? Da, da im Grünen draußen. Da müssen wir hin, oder? Ziel, Missionsziel. Gut, dann fahren wir jetzt. Ah, bin schon falsch. Nee, die helfen uns nicht. Meiden sie die Polizei? Meiden sie mich, weil sie böse sind. Okay, ich sag Ihnen alles, was passiert ist. So, haben wir, jetzt machen wir mal... Du sagst nichts mehr. Ganz naiv fahren wir mal der blauen Linie entlang. Ganz naiv. Das, dann haben wir... Hm, haben wir es vielleicht. Ja, denkste, Kollegin. Denkste. Na, sieht doch gut aus, oder? Oder täuscht mich das jetzt? Täuscht mich das? Oh, oh. Oh, oh. Meiden sie die Polizei. Die haben Ratschläge. Oh, oh. Jetzt geht's am Highway. Raus ins Grüne müssen wir wieder, oder? Also, ich hab's ja markiert. Okay. Schau, ist das die Grenze? Warte. Ist das... Doch, das kenn ich. Das, ich sag's ja mittlerweile, kennt man sich ja aus. Flucht erfolgreich. Hey, hallo. Äh, hä. Da, schau her. Wow, wow. Genau. Genau, jetzt sind wir wieder an der Friedhof-Dings da. Friedhof-Installation. Das schaffen wir jetzt noch, oder? Komm. Zwei Minuten haben wir noch. Mein Zuhause. Die labert ein Scheiben-Gleis da hier. Ja. Hm. Schöne Optik hier. Schöne Optik. Indian Summer nennt sich das. Das wäre so Herbstlaub. Na, da sind wir jetzt. Mache ich mal kurze Pause. Das kann hier keine... Oh, schau ich ins Grüne. Da braucht keiner. Hm. Dann fangen wir ein neues Spiel an. Oma wohnen. Nein, sag's nicht. Wir fahren zu Opa. Opa ist der Beste. Genau, das kenn ich. Mittlerweile kennen wir's ja. Da bin ich schon 20 Mal entlang gefahren. Hier. Genau. Man kennt's ja mittlerweile. Hoppla, da rumpelt die Federung. Mann, süß, süß, aber auch ein schöner Auto. Oh, oh, nee, kaputt. Spiel kaputt. Hm, war's das jetzt schon hier? Oh, nee, jetzt kommt die sentimentale Szene mit dem blöden Köter, hätte ich jetzt weiner gesagt. Kind mit dem Kind. Na, prima. Der schaut vielleicht dem dämlich. Hm, hm. Gut, dann schauen wir mal, was er noch sagt, der Kollege. Und dann haben wir das im Kasten hier. Dann spiele ich jetzt noch Outcast, noch eine Folge. Kaffee, Pause, Moment. Hm, hm. Hm, hm. Sehr schön. Ein View over Chicago. Telefon. Wir haben die einen Anruf. Extern Anruf. Nee. Ist alles okay? Äh, ja, ja. Gut. Die Kollegin. Weißt du noch, als wir Kinder waren? Ja, äh, nein. Hm. Ja, Quatsch. Nicht lang. Du wolltest mich loswerden, aber. Hm, hm. Ich hab's immer weiter versucht. Gut. Ich möchte deine Autos nicht. Das war ja. Und seine Freunde waren nicht durch. Das ist mal was hier. Ja. Ich bin dir gefolgt, weil ich dich vergöttet. Weil ich blöd bin. Ach so, nee. Weil ich dich vergöttet. Toll, jetzt wird's hier noch dramat, melodramatisch hier. Hallo. Oh, nee. Äh, komm. Salz und Pfeffer, das Muster von seinem Mantel. Das heißt Salz und Pfeffer, oder? Äh, aber da gibt's noch einen Namen. Warte, wie heißt das? Trevira. Nee, nicht Trevira. Äh, b-b-b-b-b-b-b-b. Irgendwie so ähnlich. Trivira, nee. Tribian, Trivira, Trenchcoat. Äh, wie heißt denn das blöde Muster? Im Umgang sprachlich Salz und Pfeffer. Wie heißt das? Sag's mir mal. Trenchcoat, Trivira. Mir liegt's wieder mal auf der Zunge, aber ich komm nicht drauf. pepita pepita nicht revierer pepita muss da der onkel bleibt da ich glaube es jetzt kommt ja und ich darf jetzt zu fuß heimlaufen oder wie du hast nerven kollegin die hat nerven das sind frau so sind frauen da kann ich jetzt zu fuß heimlaufen die fährt fahr ich raus und jetzt stehe ich am parkplatz das hat sie wieder geschickt eingefädelt wahnsinn geister der vergangenheit schicke grafik warum rumpels jetzt rumpels weil licht auf den wahnsinn schau dir mal die grafik an hier das hält kein wein aus jetzt sind wir wieder am trailerpark hier oder wie das ist das schicke lichtwerk und das sollte nur ein schneller job werden tag der abrechnung kein problem gut wahnsinns gegend jetzt hört mich wieder einer hecken gut jetzt machen wir gleich pause da hinten die windräder fasziniert mich da kommt man aber nicht hin ich habe schon probiert bekommt nicht an die windräder ran die sind out of game out of order out of law anthony quinn denke lucky luke anthony quinn kenne ich alle jetzt fahren wir mal rutsch sparen okay jetzt die reift hier quietscht wieder einer da hängt mich jetzt gar keiner kann man mit dem ding von auch nicht okay gut dann machen wir hier park immer noch auf die toilette männer die frau das ist frauen kann man nicht reingehen sprengen ich kann die toilette sprengen da ist hinter eingang okay freunde dann haben wir wieder eine 22 2 missionen weg ja dann ist motel motel das haben wir doch schon an und dann machen wir du kannst ausschalten ich habe das motel noch an und dann haben wir aber jetzt geht es aber langsam hier zum ende internet high speed interview high speed aircondition er kann ich glaube es nicht hier hallo mit leiter motel kann man da ein checken da war ich aber schon mal oder also im spiel hier und da war ich schon und da habe ich hier oben am dach rauf darf sache auf der war eine audiokassette hinter dem motel schild war eine audiodatei gut freunde dann können wir gut dann machen wir nicht gehen wir noch darauf kommen da hinten da da will da will sich jetzt auf da leuchtet so schön das abendlicht noch hier kommt dann gehen wir noch schnell auf abend rot dann leuchtet noch da scheint noch die sonne da gehen wir jetzt sind das ist schon wahnsinn hier da schau her da scheint noch die sonne in hallo na ach so ne das war die lampe ach krumm gut nix mehr mit sonne ok freunde dann machen wir pause und sehen uns jetzt gleich in outcast wieder und dann sehen wir uns morgen mit 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 jetzt geht es langsam auf den schluss zu schau her sechs und acht das heißt es kommen noch sieben von acht und acht und auch da kriegen wir den gambino also sechs von acht hammer das heißt hier sind noch zwei sieben und acht und da ist dann nur noch eins daher auslocken also drei missionen haben wir noch warte von den hauptmissionen waren sind und ich habe immer noch nicht alle songs nix hier ja die online dinger könnte ich noch machen das weiß ich nicht das dämlichen mini spiele schach habe ich gelöst ja schach haben wir gelöst mehr will ich gar nicht ok freunde herzlichen dank fürs zuschauen und tschüss bis gleich und da ist dann auch noch die 3 . ja ja